It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. Pearl TV. Ah, der 100 Tage Weihnachts-Countdown. Anne, mir geht es um diese Zeit des Jahres, wenn so die ersten Lebkuchen und alles so in den Supermärkten auftauchen. Und jetzt auch schon Christstollen, habe ich gesehen. Echt? Ja, ja. Warne, jetzt gab es heute Morgen im Supermarkt. Ich habe aber keinen gekauft, noch nicht. Da halte ich mich noch zurück. Aber da wird es einem warm ums Herz. Es ist einfach weihnachtlich. Ich liebe diese Vorweihnachtszeit, weil alle in guter Laune sind. Alle sind nett zueinander. Es ist richtig eine tolle, tolle Zeit. Und ich liebe es natürlich auch zu dekorieren. Nur Weihnachten sind nett alle zueinander. Aber sind sie noch mal besonders nett, finde ich. Ah, du bist eigentlich immer nett. Oh, danke. Aber ich habe auch schöne Deko mitgebracht. Hast du passt immer gesagt? Ich habe immer gesagt, glaube ich. Gut. So, wir legen mal Lores mit wunderschöner Weihnachtsdeko. Und bei der ersten Dekoration bin ich wirklich ein ganz großer Fan davon. Und zwar, ich habe das schon mal hier dekoriert. Und zwar, das ist ein Lichterdraht. Der ist 40 Meter lang. 40 Meter. So, und das sind vier, äh, 40 LEDs. So, so sieht das aus. Das ist so ein kleiner, kleiner Knäuel voll mit Lichtern. Das sind aber keine normalen. Es gibt ja so Lichterketten, die kann man dekorieren. Das sind dann aber nur wie so Fropfen. Hier haben sie kleine Sternchen. Ich weiß nicht, wenn ich immer so einen einzelnen Sternchen zeige, da kann man das sehr, sehr schön sehen. Das sind kleine Sternchen. Und das hier auf so einem Draht gespannt. Das habe ich jetzt mal hier um unseren wunderschönen Ast gewickelt. Also, ohne Sternchen sieht der Ast schon ganz niedlich aus. Aber ich finde, mit diesem Lichterdraht kommt er erst richtig, richtig zur Geltung. Jetzt kann man diesen Lichterdraht, da der ja 40 Meter lang ist, äh, vier Meter lang, vier Meter lang, 40 LEDs, so rum, können Sie den natürlich auch in eine Glasvase packen. Wenn Sie zum Beispiel eine Glasvase haben, da noch ein paar rote Weihnachtsbaumkugeln rein, sieht das schon sehr spektakulär aus. Weil Sie sind ja hier sehr, sehr flexibel mit diesem Draht. Also, der gibt auch schön nach, den kann man überall rumwickeln. Und das Tolle ist, wir sind hier batteriebetrieben. Das heißt, man hat hier auf der Rückseite so ein kleines Batteriefach. Das heißt, Sie können das wirklich überall dorthin hängen, wo Sie möchten. Jetzt hätte ich hier natürlich noch weiter dekorieren können, aber ich finde das schon so, wie es ist, sehr, sehr eindrucksvoll. Weil Lichter gehören ja dazu. Und schauen Sie mal, was ich jetzt noch für eine Idee habe. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt auch so Tannenzweige zu Hause haben oder so Dekoration wie wir, man kann das natürlich auch diesen Lichterdraht um das Weihnachtsgeschenk wickeln. Also, wenn Sie dann ein Geschenk haben, dann kann man das wunderschön zum Beispiel um so ein kleines Geschenkpaket wickeln. Und dann hat man da schon eine schöne Schleife. Also, so würde ich das zum Beispiel machen. Oder hier diesen Ast einfach umwickeln. Oder wie gesagt, eine Vase, ein Glasgefäß, da ein paar Kugeln rein. Also, es gibt sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist einfach was ganz, ganz Süßes. Vor allen Dingen, weil das sind nicht einfach nur so kleine LED-Lichter. Das sind wirklich kleine Sternchen. Sehen Sie das? Ja, ich finde das unglaublich. Früher gab es dann immer nur diese Birnen. Genau. Wo dann, wenn eine kaputt war, musste man die ganze Lichterkette wegschmeißen, weil man die Ersatzbirnen natürlich verlegt hat. Aber mit dieser LED-Technik kann man jetzt nicht nur tolle Lichteffekte machen, sondern tatsächlich auch diese Sternchenform. Das ist ja auch noch mal extra weihnachtlich. Also, es macht ganz, ganz tolle Atmosphäre. Hier unsere LED-Sternenlichterkette. Vier Meter lang mit 40 Sternen-LEDs. Batteriebetrieben. Ach, hier sieht man das mal so in einem Glas drin. Das ist natürlich auch toll. Mit der Bestellnummer NX6909569. NX6909569. Ich liebe es zu dekorieren. Und das ist was ganz, ganz Tolles hier mit diesen Sternen-LEDs. Die eben tatsächlich, also vier Meter, da kann man auch mal eine ganz schöne Strecke mitmachen. Oh ja. Das reicht für jedes Geschenk. Das finde ich auch toll, was du gesagt hast, dass man das Geschenk damit umwickelt. Kann man überall, auch als Tischdekoration, egal wo. Kannst du für alles nutzen, ja. Aber apropos Tischdekoration. Apropos. Ich habe natürlich noch weitere schöne Highlights für Sie mitgebracht, wie zum Beispiel unsere wunderschönen Stabkerzen. Da bin ich persönlich ein großer Fan von, weil ich liebe Stabkerzen, gerade jetzt hier in so einem Kerzenständer. Ich habe lange Zeit im Altbau gewohnt und da waren für mich Kerzenstände einfach ein absolutes Muss. Und für einen so einen Kerzenständer habe ich teilweise 15 bis 20 Euro ausgegeben. Und jetzt, halten Sie sich fest, hier bekommen Sie das Zweierset, dieser wunderschönen Stabkerzen, die übrigens mit LED-Technik versehen sind. Das heißt, die brennen niemals herunter. Plus die Kerzenstände. Das heißt, zwei Kerzenständer, zwei Kerzen und das heute für den Preis. Ich kann Ihnen nur sagen, auf einer Festtagstafel. Aber natürlich auch noch nach Weihnachten, irgendwo auf so einem Sideboard dekoriert, sehen die wunderschön aus und täuschend echt. Weil das sieht auch so aus, als würde ich die Wachsnasen heruntertropfen. Sehen Sie das? Also ganz täuschend echt gemacht. Sie können natürlich auch variieren. Wenn Sie jetzt mal sagen, auch ab und zu möchte ich auch mal gerne eine echte Kerze haben, können Sie hier natürlich auch eine echte Kerze reinpacken. Ich persönlich finde unsere Stabkerzen sehr, sehr schön. Sehen täuschend echt aus, weil die auch so flackern. Siehst du das? Also ganz hübsch gemacht. Wow, guck dir das an. Ja, und es ist vor allem auch kein Feuer dabei. Das ist also richtig auch sicher, sagen wir mal. Also die können auch umfallen. Da passiert nichts. Und das ist ja eben das Schöne, dass wir keine echten Flammen mehr machen müssen, sondern das Gleiche mit LEDs hinbekommen. Und die sind richtig schick. Das sieht richtig edel aus, wie so auf einem alten Schloss, kann ich mir das vorstellen. Das ist richtig toll, ja. Da wertet man richtig seine Wohnung mit auf oder seinen Tisch, egal wo man die hinstellt. Die machen immer eine tolle Figur. Die sind richtig toll. Und gerade wenn man hier für zwei Stück für 7,59 Euro, da kann man auch gleich mehrfach zugreifen und eben mal so eine ganze Festtafel damit dekorieren. Ja, gerade Weihnachten, da packt man ja auch mal das festliche Geschirr aus. Da packt man vielleicht auch das Silberbesteck aus. Meine Oma macht das immer so. Die hat dann noch von ihrer Oma teilweise Porzellan und Geschirr mit einem Goldrand und das echte Silberbesteck. Und da kann ich mir dann auch solche Kerzenständer mit den Kerzenschünen vorstellen. Ja, es ist ja jetzt auch die Zeit, wo man wieder Leute einlädt zum Adventscafé, zum Adventsessen, zum Weihnachtsessen natürlich, Silvester. Da möchte man eine Festtagstafel machen. Und sowas ist natürlich sehr festlich, wenn man dann diese Kerzen mit diesen tollen Ständern aufstellt. Wie gesagt, das Paar, das Zweierset für 7,59 Euro hat die Bestellnummer NX81636569. Diese wunderschönen Kerzen, die also wirklich eine gute Figur machen auf jedem Tisch, egal, wo man die hinstellt, absolut sicher, weil keine echte Flamme dabei ist, aber den gleichen gemütlichen, wärmenden Wohlfühleffekt haben. Also Weihnachtseffekt kann man ja schon fast sagen. Ich fühle mich ja richtig wohl in, wie du das hier schön dekoriert hast. Wirklich, das ist richtig klasse. Lichter machen da schon was aus. Lichter tragen natürlich auch zur Gemütlichkeit bei. Und ich finde nicht nur Weihnachten, auch nach Weihnachten, vor Weihnachten. Bei mir gibt es Lichter und Kerzen das ganze Jahr über. Und jetzt schauen Sie mal, hier habe ich was Wunderschönes für Sie vorbereitet. Das sind so kleine Teelichter. Da bin ich echt so ein bisschen oldschool. Teelichter gehören bei mir Weihnachten einfach mit dazu, aber auch so einfach mal so. Aber Teelichter brennen normalerweise unfassbar schnell herunter. Und jetzt schauen Sie mal, hier haben wir auch wieder die LED-Technik. Das heißt, diese Kerze brennt niemals herunter. Kein Ruß, kein Rauch, kein Wachs, keine Gefahr von echtem Feuer. Sieht aber täuschend echt aus. Die kann ich jetzt entweder so irgendwo in ein Glas stellen oder aber Sie packen die einfach hier in unseren kleinen Milch-Acryl-Gläschen. Also das sind ganz süße Gläschen, die sind mit dabei. Das sind so ein bisschen Milchglas-Optik. Sechs Stück von den Teelichtern, sechs Stück von den Gläschen und jetzt passiert Folgendes. Wenn dann irgendwann mal hier der Akku zu Neige geht, dann müssen Sie jetzt keine Batterie nachlegen oder im schlimmsten Fall her wegschmeißen, sondern Sie stecken die einfach hier auf die Ladeschale. Denn wir haben hier noch eine Ladestation für Sie mit dabei. Da werden jetzt hier unsere Teelichter einfach nur draufgesteckt, wieder aufgeladen. Ja, das geht ganz schnell. Und wenn die dann wieder vollgeladen sind, dann packen Sie die Ladestation einfach in eine Schublade und dekorieren die weiter. Und Sie sehen ja, ich kann die hier rausnehmen. Das heißt, ich könnte hier theoretisch auch eine andere Kerze reinstellen. Oder ich sage, Mensch, ich nutze die so und stelle die so einfach auf. Aber natürlich in diesen Acryl-Gläschen sehen die doch am schönsten aus, oder? Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass die mit Akku sind. Das ist natürlich praktisch. Und dann eben braucht man keine, denn meistens haben die ja dann solche Knopfzellenbatterien, die unglaublich teuer sind. Hier kann man die einfach nachladen. Das ist mal echt ein tolles System hier. Und das Sechser-Set für 18,99 Euro, das heißt, eine kostet so knapp über, also gut drei Euro, nicht mehr. Das ist natürlich auch klasse. Kann man sich auch mehrfach bestellen und dann so ein ganzes Lichtermehr machen. Auch fürs Badezimmer. Aber natürlich jetzt zur Weihnachtszeit sieht das äußerst elegant und schick aus. Ja, die auch flackern, ne? Ja, die sehen täuschend echt aus. Ich finde das beeindruckend, wie weit die LED-Technik heute gekommen ist schon, dass die eben so täuschend echt aussehen. Durch dieses Flackern. Schauen Sie mal, wie gemütlich das aussieht. Das schafft richtig Atmosphäre. Ich kann mir die auch schön vorstellen, im Badezimmer, so Badewanderrand. Das sind ja so Orte, wo man normalerweise keine echte Kerze aufstellen würde. Oder im Schlafzimmer, weil man Angst hat, was ist, wenn ich einschlafe und was kann da passieren. Aber hier passiert ja gar nichts. Im schlimmsten Fall geht der Akku leer und dann laden Sie die einfach nach. Wird auch gerne gekauft zum Beispiel für Seniorenzentren oder Leute, die im Krankenhaus Weihnachten verbringen müssen. Weil du willst ja trotzdem irgendwie so eine kleine gemütliche Atmosphäre haben und die schafft man hiermit definitiv. Ja, eben, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass die irgendwann abbrennt oder dass die unter dem Vorhang steht. Das ist ganz egal. Können Sie hinstellen, wo Sie wollen, weil es halt keine echte Flamme ist, aber trotzdem diesen Flammeneffekt hat, der eben dieses gemütliche Licht macht. Man fühlt sich einfach wohl. Wenn man diese natürlichen Flammen, die sehen ja aus wie natürliche Flammen, wenn man das um sich rum hat. Das schafft gleich Wohlfühlatmosphäre und gerade zur Weihnachtszeit wollen wir uns alle wohlfühlen und fühlen uns auch gerne wohl. Es schafft eine gemütliche Atmosphäre und ich finde, mit Lichtern schaffst du wirklich auch so ein bisschen Erholung. Weil wenn man abends nach Hause kommt oder allein, wenn man einen Kamin hat oder ein paar Kerzen, das macht gleich viel mehr her. Das ist wirklich toll. Unser Sechser-Set mit LED-Teelichter mit flackernder Flamme und den Acrylgläsern plus der Ladestation. Hat die Bestellnummer NX5633569. NX5633569. Ich finde das nach wie vor toll, dass wir hier diese ganzen Lichter für Sie jetzt haben, womit Sie Ihr zu Hause auch weihnachtlich schön machen können und gemütlich. Es ist ja kalt draußen und da ist so ein Flammeffekt natürlich immer auch noch, dass da fühlt man sich gleich wärmer innen drin. Das stimmt. Ja und wer mal innen drin geht, ist auch weiter mit einer wunderschönen Leuchte. Und das ist was ganz Besonderes. Schauen Sie mal, das ist hier unser Deko-Stern. Das ist was ganz, ganz niedliches. Also in diesem Stern ist auch eine kleine Lichterkette. Und wenn es dunkel wird, dann leuchtet dieser Stern nicht nur wunderschön, sondern er projiziert diese Ausstanzungen, die er hier hat, die projiziert er zum Beispiel an die Decke. Weil wenn es dunkel ist, sieht es ganz, ganz schön aus. Es schafft eine gemütliche Atmosphäre. Und gerade so der Weihnachtsstern, das ist ja wirklich das Symbol von Weihnachten, der Stern, der am Ende dann nochmal die Spitze des Tannenbaumes schmückt. Und das ist hier was ganz, ganz Besonderes. Rot, rot gehört natürlich auch zu Weihnachten. Und das Schöne ist, er ist schnell aufgestellt. Ich habe den hier einmal, das ist so eine Falttechnik, man schlägt ihn einmal nur auf, legt Batterien hinein. Denn das Ganze, und das finde ich so schön an unseren Dekorationen, das Ganze ist batteriebetrieben. Das heißt, hier legen sie einfach nur Batterien hinein, sie brauchen keinen Stromanschluss. Und wenn man sich den Stern dann auch mal genauer anschaut, wenn man näher heranguckt, sind da sogar kleine Herzchen mit verbaut. Das ist so niedlich gemacht als Nachttischleuchte. Meine Eltern zum Beispiel, die haben das bei sich im Fensterbrett, weil der sieht ja von allen Seiten schön aus. Und dann gerade so Spaziergänger, die dann von außen hineinschauen, sehen dann diesen wunderschön leuchtenden Stern. Also das hat auch nicht jeder, mit diesem dicken Standfuß hier. Sie können ihn also überall dorthin platzieren, wo Sie möchten, auch gerne noch nach Weihnachten. Ich finde ihn so wunderschön, oder? Ja, es ist einfach schön. Das kennen Sie auch, wenn Sie abends, wenn es dunkel ist und es kalt draußen gehen durch die Nachbarschaft und sehen, wie alle Leute ihre Fenster dekoriert haben. Das ist ja sehr, sehr schön und machen in Deutschland auch sehr viele Leute. Und hier ist mal was ganz Besonderes eben mit diesem schönen, schönen Deko-Stern und diese Herzen da drauf, die sind da richtig eingestanzt. Also nicht jetzt da, wo das Licht rauskommt, sondern das bedruckt damit. Und dann diese Lichteffekte durch dieses Gestanzte ist natürlich auch nochmal toll, weil es dann dieses Schatten wirft und Licht an die Wand oder wo der Gegenstrahl ist. Wir haben auch so einen Stern, aber so schön ist unserer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist natürlich auch hier sehr, sehr praktisch mit dem Ständer. Ja, unsere Deko-Tischleuchte in Sternform in Rot hat die Bestellnummer NC69-62-569 für 18,04 Euro. Hier unsere tolle Deko-Tischleuchte in Sternform. Der sieht sehr elegant und sehr edel aus durch dieses Dunkelrot-Metallic. Macht der richtig was her und sticht, ich würde sagen, der sticht auch hervor, wenn man den bei sich im Fenster stehen hat, im Gegensatz zu allen anderen. Man will ja auch immer besonders schön dekorieren und irgendwas haben, was kein anderer hat. Jetzt kommen wir zu etwas, das habe ich sofort gesehen, als ich mich hier hingesetzt habe. Den finde ich richtig klasse, weil er so, so, das ist mal ein ganz anderes Design. Das ist ein richtiger Eyecatcher. Also ich habe mich jetzt schon in diesen Weihnachtsbaum verliebt. Der ist unfassbar schön. Es ist ein Weihnachtsbaum, der jetzt aber nicht klassisch, wie man an Weihnachtsbaume denkt, so ein bisschen, ja fast schon verkitscht ist, sondern ganz hochwertig gemacht. Schauen Sie mal, aus Naturmaterialien hier, aus richtigen Essen. Also es ist ganz, ganz fein verarbeitet, eine ganz tolle Verarbeitung. Dann glitzert er überall und er leuchtet. Also er hat hier auch kleine LEDs verbaut und das ganze Batterie betrieben. Jetzt möchte ich Ihnen mal noch was zeigen, denn, wem das zu neutral ist, schauen Sie mal. Man kann den nämlich auch blinken lassen. Also der hat zwei verschiedene Leuchtmodi, einmal den Standmodus oder den Blinkmodus. Mir gefällt er eben so besonders gut, weil es nicht zu viel ist. Weihnachten, man darf ja immer noch ein bisschen auch übertreiben, noch ein paar leuchtende Weihnachtsbaumkugeln. Aber mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich würde den so, wie er ist, direkt ins Fenster stellen. Also gerade, wenn man so Naturfarben eingerichtet ist durch diese Hölzer. Ich mache ihn jetzt nochmal in dem Standmodus. Ist ja auch sehr, sehr schön. Also wunderschön. 40 Zentimeter hoch. Also der ist auch nicht zu klein. Den siehst du auch, wenn du den im Fensterbrett stehen hast. Der fällt auf, ja. Der fällt auf, aber positiv. Also durch seine Optik positiv. Sehr geschmackvoll, sehr edel. Auch durch diese kleinen Glitzerfädchen, die noch hier eingebaut worden sind. Und dann ist das Ganze so wie mit Schnee nochmal bestäubt. Das sieht unfassbar schön aus, oder? Das ist unser handgefertigter Deko-Weihnachtsbaum. Der ist also auch noch handgefertigt. Ich finde eben auch diese schlichte Eleganz, die dieser Weihnachtsbaum hat, aber trotzdem strahlend schön ist durch die LEDs. Das ist ein richtig schicker Weihnachtsbaum, der eben wirklich auch überall hinpasst. Und das ist auch wieder so ein Eyecatcher, sagt man auf Englisch. Also ein Augenfänger, ein Blickfänger, ein Blickfang, den man hier bei sich ins Fenster stellen kann. Und auch hier wieder von allen Seiten schön, ne? Es ist von allen Seiten schön, genauso wie unser Stern. Das ist richtig schick gemacht hier. Unser handgefertigter Deko-Weihnachtsbaum hat die Bestellnummer NX 8808 569. Für 27,54 Euro NX 8808 569 für diesen tollen, tollen Weihnachtsbaum. Wir haben so schöne Sachen jetzt gesehen. Ob das der Stern, der Baum, die Kerzen, unsere LED-T-Lichter. Die vier Meter lange Lichterkette mit den Sternchen fand ich toll. Mit 40 Sternchen. 40 Sternchen. 40 kleine Lämpchen. Das hier alles sieht einfach prachtvoll aus, wie wir es hier angerichtet haben. Hier sehen wir nochmal den Baum. Das ist eine richtig schöne, geschmackvolle Weihnachtsbeleuchtung, die eben auch nicht jeder hat. Durch dieses Sternchen und diese kleinen Details, die überall drin sind. Ja, total detailverliebt, ne? Der große Vorteil ist, all unsere Dekoration ist batteriebetrieben. Da bin ich echt dankbar dafür, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich überlege, wo kann ich den Schwibbogen hinstellen. Ich brauche eine Steckdose. All unsere Dekoration ist batteriebetrieben. Deswegen bieten wir Ihnen jetzt hier noch 20 Stück des Types Doppel-A für 6,64 Euro an. Und das passt wirklich, also nicht nur für unsere Weihnachtsdekoration, für Fernbedienungen, für Kinderspielzeug, für Uhren, für Küchenwagen. Batterien, sage ich immer, gehören in jeden gut geführten Haushalt. Ja, und meistens gibt es nicht genug. Und dann muss man es für Tankstelle und für teures Geld neue kaufen. Hier gibt es ein 20er-Pack, 20 Batterien für 6,64 Euro, Typ Doppel-A. Das sind die kleinen mit der Bestellnummer PX1569569 zum TV-Sonderpreis. Ein 20er-Pack, 20 Stück von den Doppel-A. Wir haben natürlich auch Triple-A für Sie. Auch das sind Batterien, die wirklich jeder jederzeit brauchen kann. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre alt sind oder wie alt Ihre sind und wo die überhaupt sind, schlagen Sie einfach zu. Können Sie nichts falsch machen mit unseren beiden Packs. Das Triple-A hat die Bestellnummer PX1565569. Auch hier 20 Batterien, Triple-A, also Dreifach-A, PX1565569. Super alkaline Batterien, das heißt, die halten eben auch sehr lange, sind richtig qualitativ. Hochwertige Batterien, egal ob die Doppel-A oder Triple-A. Ich würde am besten beide bestellen. Zu dem Preis kann man da einfach mal zuschlagen. Weil in der Tankstelle zahlst du schon mal für vier Stück sechs Euro. Das stimmt. Also Batterien, die werden ja auch nochmal richtig teuer. Also bevorraten Sie sich am besten jetzt. Weil gerade Weihnachten verschenkt man ja den Kindern auch Spielzeug. Und meistens sind ja im Spielzeug keine Batterien dabei. Und deswegen ist es immer wichtig, bevorraten. Und Batterien, das ist wie Pflaster. Das hast du einfach in meinem Haushalt. Das hat man immer da, oder? Ja, wir hoffen nicht, dass Sie Pflaster brauchen, aber die Batterien brauchen Sie, das weiß ich ganz genau. Auch für unsere schönen Deko-Elemente hier für Sie. Es hat Spaß gemacht, das mal alles zu zeigen. Und ich fühle mich hier richtig wohl in diesem Set mit diesen schönen, schönen Leucht-Deko-Elementen, die wir hier haben. Sehr, sehr weihnachtlich, muss ich sagen. Das können Sie auch haben zu Hause in unserem Weihnachts-Counter. Dann haben wir jeden Tag spezielle Artikel für Sie. Heute hatten wir Lichter und Lichter sind einfach Weihnachten, muss man so sagen. Oh ja, das stimmt. Lichter gehören dazu. Bestellen Sie sich jetzt Ihre Lieblings-Deko-Lichter unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51 3x4 oder bei uns bequem online.